Die Begriffe gerichtete Energiewaffen oder Directed Energy Weapons tragen einen Hauch von futuristischer wissenschaftlicher Fiktion und Mystik mit sich. Und doch, wie wir gesehen haben, wurden die Grundprinzipien für solche Waffen vor Jahrtausenden gelegt. Es stellt sich die Frage, wenn diese Geräte in der Kriegsführung oder in anderen Formen der Machtausübung effektiv waren, wäre es dann nicht vorteilhaft für die herrschende Elite, diese Technologien geheim zu halten? Das Wissen könnte als Staatsgeheimnis eingestuft werden, vorbehalten für die Mächtigen. In diesem Szenario würde die Mythologisierung dieser Werkzeuge als wirksame Form der Desinformation dienen, die die allgemeine Bevölkerung im Dunkeln lässt, während die Technologie für den exklusiven Gebrauch bewahrt wird.